Experte für ganz großes Kino, weiter geht's mit Hero Zero Server Nummer 11, nein Server Nummer 12, aber auf einem anderen Server bin ich auch kurz. Meine Damen und Herren, Ihre Einsätze bitte. Hallo Schilling, in Gamble City findet vom 27. Februar bis zum 28. ein ganz besonderes Event statt, das Gamble City Helden Casino. So, und ich erkläre das mal ganz kurz. Hier noch, das erste Spiel im Casino pro Tag ist immer kostenlos, für jeweils 10 Jetons kannst du ein weiteres Mal kostenlos spielen. Die Jetons bekommt man zufällig bei Missionen. So, Foto gefunden, das ist ein anderer Server. Huch, da ist gerade ein Schurke da. So, mal kurz den Sound anmachen. Dann hier, Hero Air, Hero Air, okay, da müssen sich erstmal die Missionen erneuern, aber hier würde man dann, glaube ich, auch die Jetons sehen. Das sind dann ganz normale Quest-Belohnungen, wie bei einer herkömmlichen Mission. Genau, und so erreicht man das Gamble City Casino. Nämlich über diesen Button. Da kann man, wie gesagt, einmal am Tag kostenlos zocken. Und da dreht sich dann das Roulette, der einarmige Bandit. Und ich erhalte hier einen Gegenstand. Also immer das, was häufiger vorkommt, das bekommt man dann. So, jetzt noch, jetzt entweder sammle ich Jetons. Auf Server 12 habe ich bisher zwei bekommen. Ja, oder ich mache hier weiter. Vier Trainingseinheiten bekommen. Da kann man schon fette Sachen bekommen. Bekommen, bekommen. Aber eben, das läuft nur zwei Tage lang. Ich schätze mal, das ist so ein kleiner Test, würde ich einfach mal behaupten. So, dass die ein bisschen herausfinden können, wie sieht es aus im Schneckenhaus. Wie sprechen die Leute auf sowas an. Gefällt das den Leuten? Interessiert das die Spieler? Oder sollen wir das eher wieder rausnehmen? Und da kann man eben jetzt ein bisschen zocken. So, 580 XP. Wenn drei unterschiedlich sind, keine Ahnung. Subari hat im Casino 40 Trainingseinheiten gewonnen. 4.300 XP. Also da kann man schon so einiges rausziehen. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Ich kenne das auf jeden Fall nicht. Zwei Fähigkeitspunkte. Wo steht denn, wie oft ich noch drehen kann? Boah, 36 Mal. Ich kann da noch ein bisschen spielen. Auf jeden Fall. Aber ich werde kurz den Server wechseln. Genau, ganz kurz. Nämlich Server 2. Da habe ich ein paar mehr Donuts. Knapp Level 300. So, zum Gamble City Casino. Da würde ich sagen, zocke ich hier mal ein bisschen. Ich möchte so sehen, was man da rausbekommen kann. Warum steht da bei manchen dran? 40 Trainingseinheiten. Ist das schon kumuliert zusammengerechnet? Oder kann man da bei einem einzigen Mal von diesen 30 Mal drehen 40 Trainingseinheiten bekommen? Das fände ich krass. Das fände ich sogar sehr krass. Und dann noch dazu 30 Mal am Tag drehen, wenn das jemand zweimal bekommt. 80 Trainingseinheiten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Apropos Trainingseinheiten. Auf S12 war ich sowas von fleißig. Nämlich ein Booster ist da. Habe ich jetzt nicht bekommen, weil zweimal Münzen, aber ein Booster. Wow. Also, ich habe jede Heldentat mit Trainingseinheiten gemacht, weil Multitasking ist bereits am Start. Sogar begleitet das. Sehr fein. Weil Multitasking am Start ist, habe ich alle Trainingseinheiten gepackt. Und das ist doch mal sehr fein, würde ich sagen. Endlich mal aufgeholt. Nur Energie. Da fehlt noch was. Aber die hebe ich mir vielleicht noch ein bisschen auf. So, und hier verballere ich jetzt mal die kompletten 30. Wieso steht hier echt immer 40? So, als ob das ein Jackpot wäre oder so. Und ob es Heldentaten gibt, möchte ich mir dann auch noch ansehen. Ja, also drei unterschiedliche gab bisher immer Erfahrung. Lustigerweise auch natürlich für den Begleiter. Der levelt dadurch auch hoch. Nochmal XP. Ja, drei unterschiedliche ist wohl so ein Trostpreis. Begleiter Nielsen. Das, muss ich aber sagen, ist ein nettes Feature, das hier auch noch so dran steht. Wow, ich glaube, wenn man dreimal die Trainingseinheiten hier dieser Hantel hätte, dann wären es vielleicht 40? 100.000 Münzen als Jackpot. Auch nicht schlecht. Ich muss sagen, ich bin froh, dass das aber nur zwei Tage lang läuft. Weil das als permanentes Feature wäre schon eher in Richtung sehr Donut intensiv, muss ich sagen. Weil das sind 29 Donuts am Tag. Die Shetons kann man zwar bekommen, aber ich habe jetzt auf Server 12 schon einige Missionen erledigt. Und muss sagen, dass ich zwei Shetons erhalten habe bisher. Vielleicht dann im ganzen Tag, dass man irgendwie 20, wenn es hochkommt, 30 oder so Shetons erhält. Aber damit kann man sich auch kein Eis kaufen. Von daher. Aber geht ja nur zwei Tage. Jetzt komm schon, ich will 40 Trainings erneuten. Auch wenn ich sie sowieso hier nicht auf Server 2 erledigen würde. Aber trotzdem, einfach nur aus Spaß an der Freude. 522 XP. Einfach mal schön hochleveln und so. Was zur Hölle, was zur Hölle. Nochmal XP. Das geht ja gut ab, das geht ja gut ab. Woher habe ich die Donuts übrigens? Die sind zum Teil noch von damals. Und außerdem, wenn man sich einige Tage lang nicht einloggt, erhält man ein E-Mail. Schilling, Server 12 Hero Zero Game, wir vermissen dich. Logg dich doch ein, klicke diesen Link und du erhältst 20 oder so 30 Donuts. Kostenlos als Wiedereinstieg, Starthilfe. Und da klicke ich ihn mal an und dann bekomme ich 30 und nochmal 30. Und nochmal 30 und dies, das. Noch sieben Mal kann ich heute drehen. Was hat der bekommen? Eine epische Waffe. Mit dem Jackpot sieht es wohl mies aus, würde ich sagen. Aber fast ein halbes Level ab für den Begleiter. Das ist sehr fein. Fähigkeitspunkte. Muss ich mal schauen, wie viele ich da bekommen habe. 32 hatte ich schon, so in etwa. Ich glaube 32 waren es. Also nicht alle sind dann aus dem Casino 40 Trainingseinheiten. Sind das immer dieselben Spieler? Wiederholt sich das immer? Oder kommen da live neue? Ach, das sind immer dieselben Jackpots. Okay, ich dachte da kommen immer neue. Reihen. Zwei Fähigkeitspunkte. Go, go, go. Normalerweise bei einem einarmigen Banditen gibt es ja auch hier oben noch drei und da unten noch drei. Und da kann man, je nachdem wie viel Einsatz man zahlt, kann man diagonal und dies und so. Und hast du nicht gesehen. 10.000 Münzen und das letzte Mal. Da werde ich ja wohl doch was abstauben können. Go, 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 go. Nope. Münzen. 10.000 Stück. Das war's. In 11 Stunden, 37 Minuten darf ich wieder spielen. So, und jetzt Moment. Ja, da war ich schon länger nicht mehr und diese ganzen Heldentaten, einige davon, kamen erst später dazu. S2 ist ja schon richtig alt. Tausendmal Schurken angegriffen. Sehe ich hier irgendwas? Casino-mäßig? Aber weil das nur so ein kurzes Event ist, gibt's das wahrscheinlich nicht als Heldentat. Nö. Nö, nö, nö. Okay. Das war's. Das war's. Das war's, das war's. Pariser Bürgermeister zum Gamble City Casino. Dann würde ich mal sagen, mache ich diesen Server zu. Und bin hier wieder auf Server Nummero 12. Experte für ganz großes Kino der Spieletrend. Beamter der Verrückte macht. So. Stufe 62. Mittlerweile habe ich natürlich auch einen Begleiter am Start. Der Rambo. Erst neu, deshalb erst Level 3 der Kollege. Und Achtung, letzte Trainingseinheit. Ich kann mal kurz zeigen. Heldentaten. Nur die mit Trainingseinheiten. Okay, kam jetzt eben eine neue dazu. Weil wir Teamkämpfe gekämpft haben. Aber grundsätzlich habe ich alles aufgeholt. Ich habe sogar irgendwie Trainingseinheiten für, also Heldentaten für 100 TEs verbraten und so weiter und so fort. Eine ziemlich feine Sache. Genauso wie diese Mission hier würde ich sagen. Was tut sich hier? Zwölfmal Wurfwaffen, easy going. Fünfmal Sidequests, easy going. Und, Moment, noch ganz kurz. Kann ich mal kurz zu Hero Air schauen. Genau, da sieht man es jetzt. Drei Jetons für diese Mission. Ja, die wäre gar nicht so mies, wenn man echt mit Absicht hier nach Jetons suchen möchte. Aber im Prinzip ist es eher für 100 Spieler, würde ich mal sagen. Deshalb vielleicht lade ich heute auch auf, um auf diesem Server 30 Mal drehen zu können. Je nachdem, wie viele Schnittons ich durch Zufall am Ende des Tages so habe. Gut. Dann schaue ich mal zu den Sondereinsätzen rein. Was sich da so tut. Alles unter Wasser ist ein neuer, den ich jetzt mit Level 60 bekommen habe. Der Gegner auch Stufe 60. Die anderen muss ich abchecken. Stufe 55, den werde ich heute hier wohl packen. Präsident Gunther, dem haue ich eine runter. Und jetzt ist er munter. Plus 16, sehr fein. Direkt mal ausgerüstet. Und dieses Item wird verkauft. Und was gab es da für eine Heldentat? Was gab es für eine Heldentat? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Der Hinweis. Nö. Oh Mann, warum speichert sich das? Geh scrollen nicht. Hä? Moment mal. Ist das bei Missionen? Die Sondereinsätze. Beende den dritten. Hier ist er. 10.000 XP. Direkt mal angenommen. Heftigst. Das ist doch mal heftigst. Was sagt die Rangelliste im Wochenturnier? 107. Wo ist mein Bonbon geblieben? Aber das wird schon noch. Rang 100 geht sich aus. Ohne Bonus. Energie. Den nehme ich dann vielleicht in der nächsten Woche oder so an. Okay. Wie lange geht die Mission noch? Da muss ich mich leider wieder umziehen. Ich habe mir jetzt auch den Adrenalin-Booster gegönnt, weil es einige sehr feine Heldentaten in der Liga gibt. Und da füllt sich das Ganze schneller auf. Ich habe jetzt schon hier 11 erledigt. Bisher an jedem Tag immer die 20 gepackt. Was ein bisschen doof ist. Das ist echt eine scharfe Kritik, würde ich sagen. Ich hatte mal zwei oder nicht nur einmal, häufiger zwei aus dem eigenen Team. Das sieht man immer an der blauen Schrift. Zwei aus dem eigenen Team und der dritte war viel zu stark. Der war irgendwie eine Liga höher als ich. Das finde ich nervig. Das ist echt nervig. Warum bekommt man... Erstens, warum bekommt man überhaupt Leute aus dem eigenen Team? Und zweitens, warum gleich zwei? Die hätte ich beide gepackt. Da hatte ich plus 300, plus 500. Ja, das finde ich nicht so toll an der Liga. Ansonsten mit dem fetten Booster spielt sich das. Das ist locker flockig, würde ich mal behaupten. So. Da ist sogar die Quest mit den Jetons. Ah, nö, 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 nö. Da ist was viel besseres. So, wieder umrüsten. Und Moment mal, habe ich hier schon for free gedreht? Jo, ich denke, das habe ich mir gestern... Gestern... Nein! Gestern Mitternacht noch angesehen. Am Handy. So. Was tut sich hier bei der Lucy? Stufe 58. Den kann ich vielleicht auch packen. Packerits. Er wird zwar ausweichen. Uh. War gar nicht so einfach. Ich dachte, das wird einfacher. Moment. Und habe ich hier noch was zum Abholen? Fünf Tage aktiv. Münzen. Münzen. Dann Ganovenbande. Donut. Ach, stimmt. Die kann ich noch zeigen. Noch ein Donut. Sehr schön. Erreiche Zone 6. Gibt hier ein Item. Dann. 100 Mal trainiert. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Nochmal 3, 3, 3, 3, 3. Erreiche Level 60. 2 Donuts. Finde ein paar Pitchenassen Hinweis. Nicht passenden Hinweis. 75.000 Münzen. Nochmal 4 Donuts. Architekt Fähigkeitspunkte. Wow. Da ging ja gestern einiges. Hui. Und Liga Kämpfe an einem Tag. 20. Mehr geht sowieso nicht. Dann skille ich doch erstmal. Und dann mache ich weiter mit den Sondereinsätzen. 1, 2, 3. So, das hat alles Minus. Eine Kondi Waffe. Aber Waffe, die braucht man nicht für ein Kondi Set. Ganz kurz neue Ware ranholen. Gibt es da irgendwas? Kondi. Kondi plus 4. Kondi. Kondi minus. Nö. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Mein Kondi Set passt, so wie es aktuell ist. Im Prinzip. Dann schaue ich hier nochmal kurz bei der Lucy weiter. Stufe 60 sollte ich doch auch packen. Vor allem jetzt, nachdem ich so viel geskillt habe. Ah, ich hasse dich und dein Leben. Gibt es da noch einen anderen? Stufe 58. Warum mache ich das denn nicht? Ach, Schilling. Schilling, Schilling, Schilling. Was ist denn los mit dir? Und gepackt. Natürlich. Das wäre ja gelacht. Und wer hat es gemacht? Der Schilling in der Nacht. Spezialmodus. Der dürfte echt, ich schätze, so Level 70 oder ein bisschen härter sein. Ha! Gut geraten. So. Dann nochmal bei der Lucy weitermachen. Der Senior Food Designer wird nicht mehr lachen. So ist das. Fein. Mach weiter hier. Der Rambo müsste vielleicht auf... Jo, natürlich. Der Rambo müsste auf Level 10 sein. Dann könnte ich das packen, wenn der noch eine Fähigkeit hätte. Aber ansonsten, so wird es leider nichts. Ne, das war niederschmetternd. Da gewinnt er einfach mal mit... Äh... 3000 Leben oder so. Genau. Gut. Dann... Steht aber noch was an. Komm schon. Wo ist das Teil? Kommt das nicht, wenn man auf Mission ist? Ach so. Oh, wegen der Mission wahrscheinlich. Jo, stimmt. Dann Machinne hier. 2400 ist ja echt eine Menge. Bei wem das nicht erscheint, vielleicht einfach mal kurz den Browser aktualisieren. Steuerung F5 oder wie auch immer. Dann zocke ich hier natürlich noch meine Donuts weg, die ich jetzt am Start habe. So. 20 Energie. Okay. Beim ersten Mal 20 Energie. Da habe ich auf S2 die kompletten 30 Mal gemacht. und ich glaube, 0 Mal Bonus Energie, oder? Ach, Moment. Eventuell, weil ich dort... Das kann natürlich sein. Weil ich dort die volle Energie hatte, dass ich keine gewinnen konnte. Oder machen die das dann einfach so, dass man 140 hat oder wie viel auch immer? Ach, Münzen. Nö, Münzen. Ich will Energie und XP und TE und so. 100 Energie gewonnen. Heftig. 500 XP, 4000 XP. Das ist echt der Checkbot. Das ist ein Viertel Level Up. Je nachdem, auf welchem Level der war. Ein Epic. Yo, ein... Plus 127. Okay, ich bin im Condi, aber trotzdem. Das ist eine Menge. Würde ich mal so sagen. XP. 1100 sogar. Moment mal. Da gibt es ja noch gute Missionen, oder? Ich kann jetzt nicht hier... Gibt es hier noch gute? Nö, gibt es gar keine guten mehr. Dann kann ich hier doch leveln. Sehr schön. Dann gib mir nochmal XP. Noch 2, 3 Mal XP. Nö, keine Münzen. Münzen sind das Unnötigste. Finde ich. Weil vor allem... Die Höhe ist nicht so... Krass. No, ich hätte es nicht so laut sagen dürfen. Jetzt habe ich gesagt, Münzen sind das Unnötigste. Jetzt kommen immer nur Münzen. Gibt es hier wohl nichts. Na gut. Nochmal XP erhalten. 1000 sogar. Und der Rambo ist im Level gestiegen. Dann wünsche ich mir bitte noch einmal XP. Nö, aber das geht auch in Ordnung. 2 Fähigkeitspunkte. Und das letzte Mal würde ich jetzt sagen... Nochmal Fähigkeitspunkte. Sehr schön. Na gut. Also, das ist das Casino. In Gamblerone Cityone. Oder so. Und nun noch ganz schnell die Ganovenbande. Aber wirklich ganz schnell. Denn das geht schon richtiger lange. Ich überspringe direkt. Und gehe zu meinem Helden. Ich bin natürlich ausgerüstet. Nicht dem Condi oder so. Was denkt ihr denn von mir? Gelangweilter Mitläufer. Oh, den packe ich sogar. Packe ich den nächsten? Packe ich auch. 2 Leute gepackt. Das war doch mal fein. Und bei dem bin ich nicht mal zum Schuss gekommen. Na gut. Werden wir aber nicht schaffen. Yo. Eventuell beim nächsten Mal. Ansonsten dann nach zwei Angriffen. Für heute bedanke ich mich für's Zusehen. Und würde sagen es Ihnen einfach beim nächsten Mal weiter.